So ihr Lieben, jetzt kommt der letzte und dritte Teil von meinem Steckbrief. Hat ja auch lange genug gedauert, ich hatte eben ein bisschen Computerprobleme, mein Laptop ist nicht mehr der frischeste und auf einmal wollte gar nichts mehr. Die letzten drei Sachen auf dem Steckbrief waren Lieblingslied und Lieblingsfilm und Lieblingskleidungsmarke. Und was das Lieblingslied angeht, habe ich jetzt mal einen YouTube-Clip rausgesucht, damit ihr mal hören könnt, wie sich mein momentanes Lieblingslied so anhört. Die letzten drei Sachen auf dem Steckbrief. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder umgekehrt, das kann ich mir nie merken Und das Lied war ihr Beitrag Bei dem schwedischen Grand Prix Leider hat sie nicht gewonnen Das wäre sonst mein Favorit gewesen Aber sie ist im Finale gewesen Und das war ein richtig tolles Lied Ich mache euch Hier wieder den Link rein Zu dem Video Das war jetzt nur die Instrumentalversion Und dann auch zu dem Video Wo sie im Grand Prix dabei ist Das ist ein ganz ganz tolles Lied Gerade der Text Berührt mich im Moment Ziemlich persönlich Denn wegen der ganzen Jobsituation Also Nach neuer Arbeit suchen und so Dann muss man sich manchmal doch schlimmer legen Ob man in den alten Spuren weiter arbeitet Oder ob man vielleicht auch neue Horizonte Angucken möchte Und Moving On ist da so ein Richtig schönes Motto, finde ich So, genug zu dem sentimentalen Kram Jetzt zum Lieblingsfilm Und da habe ich eigentlich vor allem einen Den ich immer wieder angucken könnte Denn man findet immer wieder was Neues Ich weiß jetzt nicht genau Wie der auf Deutsch heißt Die meisten Filme Die aus den USA kommen Und die einen englischen Titel haben Übersetzt man nicht nach Schwedisch Sondern man behält den englischen Titel Und dieser Film heißt Oh Brother, we're out there Mit George Clooney zum Beispiel Und der Film hat alles Es ist eine biblische Geschichte Aber es ist auf keinen Fall Ein religiöser Film Sondern nur so ganz viele Gleichungen mit verschiedenen Bibelgeschehnissen und so Es ist unbeschreiblich Man muss es gesehen haben Und es ist ein ganz toller Film Wenn irgendjemand den gesehen hat Dann schreibt mir gerne Wie er auf Deutsch heißt Dann kann ich ihn nämlich auch Anderen Leuten empfehlen Es ist ein ganz toller Film So und die letzte Kategorie War die Frage nach Der Lieblingskleidungsmarke Und wie gesagt Ich bin Wegbloggeschkan Und brauche meine Klamotten In Größe XL Da geht im Moment Kein Weg dran vorbei Ich arbeite daran Das zu ändern Aber auch in der Zwischenzeit Möchte ich schöne Sachen anhaben Denn ich finde Nicht nur das Make-up Gehört zum schönen Aussehen Sondern auch Die gepflegten Klamotten Und Meine Lieblingsmarke Oder mein Lieblingsgeschäft überhaupt Wo ich immer was finde Das ist Die Skandinavische Also das skandinavische Gegenstück Zu Ola Popkin Ola Popkin Kennen vielleicht viele von euch Ein Laden mit Nur großen Größen Ab Größe 42 glaube ich Und Genauso ist dieser Laden auch Er heißt Sissi Und Sissi gibt es leider nur In den etwas größeren Städten Beziehungsweise Mehr in den Süden runter Bei uns Ich wohne zwar auch in Südschweden Aber Es gibt die Läden Hauptsächlich in Der Region von Göteborg und Malme Und wenn ich da hinkomme Dann laufe ich immer sofort dahin Und gucke erstmal Ob sie was Neues Schönes haben Und das haben sie jedes Mal Und dann könnte man So viel Geld da lassen Und Da finde ich immer was Äh Da finde ich immer Vor allem auch schöne Jeans Denn äh Im Alltag Hat man immer viel Jeans an Und Die Muss man immer In Vielen Farben haben Finde ich Das ist immer eine schöne Sache Und Den Link Mache ich euch auch dahin Denn äh Da glaube ich nicht Dass es da irgendwelche Läden In Deutschland gibt Aber Wenn mal jemand Von euch Etwas größeren Mädels Äh In Dänemark Oder Schweden Im Urlaub ist Dann kann ich euch das nur empfehlen Das ist ein ganz toller Laden So Liebe Mädels Und liebe Dicigarina Äh Jetzt Ist glaube ich Meine Liste komplett Ich hab Wahrscheinlich immer noch Die Hälfte vergessen Aber Aber ich könnte es noch Stundenlang weiterbubbeln Und das wäre sinnlos Also Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt Dann kommentiert Und kommentiert auch sonst gerne natürlich Und bewertet Und abonniert Und Schaut Meine Videos weiterhin an Macht's gut Schönen Abend noch Tschüss